Eine lustige Story ist uns auf dem Weg zum World Festival in den USA passiert. Wir wollten eigentlich nur in einem Supermarkt was einkaufen gehen und sind dann mit dem ganzen Team in Teamkleidung über den Parkplatz gelaufen und haben dabei lauthals verschiedene deutsche Lieder gesungen oder wahrscheinlich eher gegrölt. Ich will nicht wissen, was sich die anderen Passanten dabei gedacht haben. Neben den programmiertechnischen Dingen war es vor allem gemeinsam in einem Team zu arbeiten und ein Team zu koordinieren, sodass man letztendlich ein bestmögliches Ergebnis erhält. Was ich zusätzlich noch dazu gelernt habe, war einfach selbstbewusst zu sein und auch vor Leuten, die dir eigentlich vielleicht Angst machen am Anfang, einfach selbstbewusst dazustehen und stolz auf das zu sein, was man zusammen erreicht hat. Ich mache im Moment ein freiwilliges Soziales Jahr in der Ganztageseinrichtung in der Schule und da ich mit FLL noch nicht ganz loslassen kann, ist Teil dessen auch die Betreuung einer Robotik AG sowie eines FLL-Teams. Ja, und ich studiere jetzt Informatik, klischeehaft einfach, an der TU München und nebenbei mache ich jetzt Werkstudentin in einer Firma, die uns früher als FLL-Team gesponsert hat, was eigentlich auch eine ganz nette Sache ist und generell helfe ich jetzt auch natürlich einigen FLL-Teams einfach so weiter und auch in einigen Wettbewerben als Juror oder als Beschiedsrichter.